In diesem Video geht es um die besten Basketbälle. Der Qualitätssieger in unserem Basketball-Test geht an den Wilson NBA. Mit diesem High-Performance-Basketball können authentische NBA-Erlebnisse jederzeit und an jedem Ort stattfinden. Der Wilson NBA Authentic Indoor-Outdoor Basketball ist mit der Everbounce-Konstruktion und dem Inflation-Retention-Lining ausgestattet, die für eine gleichbleibende, berechenbare Sprungkraft sowie maximale Langlebigkeit sorgen. Abgerundet werden die Vorteile dieses Balls mit dem pure Feel-Cover, das für ein Spielgefühl auf Profi-Niveau entwickelt wurde. Authentizität ist ein Zusammenspiel aus individueller Erfahrung und Integrität. Die Basketbälle aus Wilsons Authentic-Reihe bringen das unnachahmliche Feeling der NBA auf die Indoor- und Outdoor-Courts dieser Welt. Begeisternde athletische Fähigkeiten, unbegrenzte Kreativität, vorbildlicher Zusammenhalt. Die NBA geht weiter und führt die Geschichte von Wettbewerb, Innovation und Gemeinschaft fort. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Spalding Silver. Mit diesem Basketball erhältst du eine Outdoor-Version mit offiziellem NBA-Logo und einer guten Spieleigenschaft. Das innovative Paneldesign sorgt für exzellenten Grip und sehr gute Ballkontrolle. Die haltbare Gummi-Oberfläche steht für eine besonders lange Lebensdauer des Balls. Der Ball hat die Größe 6. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Basketball-Test ist der Bike-Dominate. Bill Bowerman, ein ehemaliger Sporttrainer an der University of Oregon in Eugene, gründete im Juni 1964 das Unternehmen Blue Ribbon Sports, gemeinsam mit Philipp Knight. Die Firma vertrieb zunächst Sportschuhe der Marke Onizuka Tiger heute Asics, ehe sie selbst 1971 unter dem Namen Nike Schuhe herstellte. Der Sportartikelhersteller erkannte schnell, dass der Erfolg der Marke Nike eng an sportliche Erfolge gekoppelt ist. Nike hat es immer wieder geschafft, die Besten einer Sportart unter Vertrag zu nehmen und ist bis heute der größte und erfolgreichste Sportartikelhersteller. Und so auch den Basketball. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.